Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es das Feuerwerk Prospekt von Lidl aus Tschechien. Unsere Politiker wollen das ja leider so, da ja aktuell doch das Verkaufsverbot im Raum steht, dass wir uns doch irgendwie uns andere Möglichkeiten suchen und mit Lidl Tschechien wäre natürlich eine optimale Lösung. Aber auch nicht vergessen, Gewerbeschein-Kunden, Team 20 Schein im Haber ist klar. Versucht noch an euer Feuerwerk zu kommen, wie es nur geht. Ansonsten wirklich eine Reise nach Tschechien ist auf jeden Fall auch wert. Ich selber habe keine weite Fortstrecke nach Tschechien, deshalb kenne ich mich da auch recht gut aus. Auf jeden Fall kann ich dazu sagen, wer wirklich sich den Weg macht nach Tschechien, sollte dann auch unbedingt im Kaufland bzw. Penny, Globusmarkt vorbeischauen. Die haben auch dann schon Feuerwerk, wenn Lidl Feuerwerk anbietet. Hier ist aktuell das Datum der 9.12. und genau schauen wir uns mal das Sortiment an. Da haben wir hier, was scheint verbündet zu sein, sind auf jeden Fall aber F3 Batterien. Da haben wir die El Nino mit 855 Gramm für 1399 Kronen. Man kann sagen, 27 Kronen ist ein Euro. Ich mache mir jetzt nicht die Mühe, das alles umzurechnen, aber ja. Dann haben wir die Dona Bombina, eine Batterie mit 950 Gramm. Dann den Don Bombia mit 917 Gramm. Also wie gesagt, ich vermute wirklich stark, das sind dann die F3 Batterien. Die sind ja in Tschechien frei zu kaufen, sobald man 21 ist. Dann die Gigantica mit 745 Gramm und die Brutus mit 25 Schuss und 950 Gramm. Ich glaube, die hat sogar ein Kaliber von 50 Millimeter. Ist eigentlich ziemlich bekannt. Dazu kann man auch viele Videos schon auf YouTube finden. Ach, das ist so ein schönes Bild. Genau so muss das aussehen. Ja, dann haben wir die Golem mit 844 Gramm. Dann die Kill Lovka mit 643 Gramm. Ich glaube, das sollte auch, ja genau, das sind auch noch die F3 Batterien. Da sieht man rechts unten in der Ecke die 21. Also in Tschechien ist das wirklich so, da kannst du ab 21 im Discounter F3 kaufen. Das ist eigentlich verdammt geil, aber in Deutschland wird das wahrscheinlich nie klappen. Dann haben wir die Harmonie mit 440 Gramm. Dann die Superbomba mit 444 Gramm für 399 Kronen. Das sind umgerechnet 15 Euro. Die Batterie habe ich selber auch schon geschossen. Wirklich ein verdammt starkes Teil. Kaliber von 30 Millimeter, glaube ich. Wirklich verdammt gut. Dann haben wir hier eine Batterie, die Bomba Jaco Brase mit 324 Gramm. Dann haben wir ein schönes Familiensortiment. Das Raketimixer für 299 Kronen. Das sind umgerechnet ca. 11 Euro. Denke ich, ist das auch voll okay. Dann haben wir hier die Traskawa Setzka. Das sind sechs Bombenrohre, so Kugelbombenrohre. Auch das wird wieder ein Artikel im F3 sein. Ja, ist es auch. Dann eine kleinere Batterie, die Lofek. Dann haben wir noch ein Raketensortiment, das Raketi Diabolo. Nochmals eine kleinere Batterie mit 180 Gramm für gut 4 Euro. Ich denke, das ist vergleichbar dann wie mit der Poison, etc. Dann haben wir noch eine Fontäne, die Santorin mit 205 Gramm. Auch für ca. 4 Euro umgerechnet. Dann die Mamba mit 133 Gramm. Dann haben wir hier die Rimanka. Ich vermute mal, dass es römische Lichter sind. Genauso wie die Lua Rimanka. Leider kenne ich die Produkte natürlich nicht. Ist logisch. Dann haben wir noch ein Kat 1 Sortiment, glaube ich. Ja, mit 17 Gramm. Das Abra Kadabra. Und noch einmal Wunderkerzen. 40 Zentimeter lang. Das Sortiment, das erscheint mir doch recht klein. Ich selbst war mal vor vier Jahren in Tschechien gewesen. Hab mir einfach mal das angeschaut, was die in den Discounter so zu bieten haben. Und ich wage mich zu erinnern, dass doch Lidl mehr Produkte hatte. Eventuell ist es so geworden, dass doch weniger angeboten wird. Aber ich dachte, das Sortiment an sich wäre schon größer gewesen. Ja, Pyrus. Das wäre es dann auch gewesen. Hier steht es nochmal. 9.12. ist das Sortiment verfügbar. Ich denke, wer nicht leer ausgehen möchte, ist es auf jeden Fall auch eine Reise wert. Achtet aber bitte auf die Bestimmungen, die dafür gelten, Zweckseinfuhr etc. Ich denke, das kann man aber sehr gut auch im Internet nachlesen. Und ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.